Super, es war ganz großartig mit Dominik Horowitz. Es ist so vielfältig, so komplex und so vielschichtig. Es sind einfach wunderschöne Lieder und großartig interpretiert. Mich hat alles berührt, jeder Song, diese Melodie. Wenn dir mal richtig Rhythmus ins Blut schießen soll, dann musst du da hingehen. Sehr hohem Niveau. Diese Neuarrangements, das finde ich schon sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen auch die Band, die er dabei hatte, das ist schon à l'abonneur. Ich war total erstaunt, wie spannend man die Musik von Weil interpretieren kann. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen Brot live. Das ist ein geiler Bock, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der hat eine Bühnenpräsenz. Und der hat auch ganz viel Impulsivität und Sanguinismus und Cholerisches. Also ich finde ihn fantastisch. Das ist schon ein richtig geiler, geiler Abend. Und das Schiff mit acht Segeln und in fünfzig Karolen wird entschwindeln mit mir. Für mich. Aberh attain es unliche squash. So. 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 Vielen Dank.